Servus beinahend, grüß Gott und herzlich willkommen im Schottenhammel-Festzelt. Mein Gruß geht natürlich an alle Gäste hier im Zelt heute und auch an unsere Fernsehzuschauer und Fernsehzuschauerinnen, die rund um den Globus dabei sind. Schee, dass alle da seid. Und es ist natürlich auch schön, dass nicht nur die Fernsehzuschauer da sind, sondern auch unsere Ehrengäste. Freue ich mich sehr. Aber fangen wir gleich mal an, hier mit dem Oberbürgermeister und seiner Frau. Gleich geht's los. Wollen wir mal hören, wie die Stimmung im Zelt ist? Ja, gern. Das hört sich ganz gut an. In fünf Minuten wird angezapft. Deswegen seid ihr bereit für die erste Wiesnmast 2022? Frau Reiter, Sie hören schon, die Stimmung ist perfekt. Warum ist dieser ganz spezielle Tag heute auch für Sie persönlich was Besonderes? Also für mich ist es ganz einfach. Ich bin ein Steinwurf von hier entfernt, geboren und aufgewachsen. Für mich ist die Wiesnmast immer auch verbunden mit der engen Heimat. Sehr schön. Also Heimatgefühl kommt hier auf. Herr Reiter, Sie sind gerade mit der Kutsche eingefahren. Warst du recht zapfig? Es ging sogar. Ich habe es flimmer vorgestellt. Es hat vor allem nicht geregnet. Das war das Wichtigste. Wenn ich mir die Stimmung heute anschauen, dann passt das alle. Es hört sich ganz danach an. Wir wollen kurz auch mal auf die Kleidung schauen. Wie war es bei Ihnen mit der Wahl? Haben Sie sich extra neu ausgestattet oder ein traditionelles aus dem Schrank gekommen? Wie war es? Ich muss gestehen, es ist schon im Schrank gewesen. Aber ich habe es noch nicht auf der Wiesn angehabt. Und heuer war für uns wichtig, dass was drüber ist, auf der Kutsche. Es hat Gott sei Dank nicht geregnet. Gut, also Sie haben es gut überstanden. Bei Ihnen dürfen wir kurz das Beinkleid sehen, Herr Reiter. Also, das ist die Lederne vom letzten Mal, oder? Das ist sie, genau. Ich muss allerdings sagen, ich habe festgestellt, wenn man es drei Jahre in den Schrank hängt, dann geht sie fürchterlich ein. Also, auf jeden Fall schaut es gut aus. Und es ist nur noch dreieinhalb Minuten. Deswegen, Herr Reiter, würde ich Sie schon mal bitten, in die Position zu gehen. Denn jetzt wird es schön, langsam, ernst, einfach hinten rumlaufen. Wir drücken Sie mal die Daumen. Ja, wir drücken die Daumen. Herr Ministerpräsident, als Landesvater, wenn in der Landeshauptstadt wieder die Wiesn stattfindet, was geht Ihnen vor gerade? Ich freue mich auf dieses große Wiedersehen. Ich freue mich, dass wir endlich wieder zusammen feiern können. Es gibt ja viele, die sagen, darf man, darf man nicht. Ist das jetzt angemessen? Ich will nur eines sagen. Wir haben zwei, drei schwere Jahre hinter uns. Und keiner weiß genau, wie der Winter wird. Aber wir brauchen Lebensfreude, Kraft. Und ich wünsche mir, dass wir endlich wieder gut feiern. Und das können wir heute machen. Deswegen Wiesn. Es hört sich ganz so an, als wären alle hier bereit. So, liebe Leute im Schottenhammel, ihr kennt das Ritual. Der Countdown läuft und die letzten zehn Sekunden werden runtergezählt. Es ist elf von neunundfünfzig, fünfundvierzig. Jetzt ist Gleisewein und dann werden wir sehen, was passiert. Und zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und jetzt hat er geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Mit drei Schlägen hat Oberbürgermeister Guterreiter das Oktoberfest 2022 eröffnet. Draußen hören wir jetzt zwölf Börderschüsse, sodass aber die Menschen, die nicht live im Schottenhaben hier dabei waren, wissen, die Wiesn 2022 ist eröffnet. Und hier ist das Bild, das um die Welt geht, der Oberbürgermeister hat ergeben. Mit der ersten Mass. Und hier ist der Bild, der wir in den Stein, wir haben groß, ist ein großartig, der wir in den Stein. 1, 2, 3, 4